Hallo Sammelfreunde, die kleine Sommerpause hier auf dem Collectors Kanal ist vorbei, während draußen der Sommer noch mal richtig Fahrt aufnimmt. Und genau das werden wir den August über auch tun, denn wir haben ja noch einiges aufzuholen, wie beispielsweise die Nations League Produkte von TOPS. Dann gibt es noch einiges, was wir uns zur neuen FIFA World Cup Adrenalin XL Kollektion von Panini anschauen müssen. Und dann stehen ja auch bald schon die neuen Produkte ins Haus, wie die Premier League Adrenalin XL Kollektion. Die neuen Magitex Cards zu den europäischen Klubwettbewerben sollen diesen Monat noch kommen. Für die NFL-Sticker müsste es jetzt auch bald wieder soweit sein. Und dann erwarten uns natürlich zum Ende des Monats, beziehungsweise Anfang September die Sticker zur kommenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, denen sicherlich viele von euch schon entgegenfiebern. Den gemütlichen Einstieg machen wir heute mit einem Produkt aus dem Frühjahr, aus der FIFA 365 Adrenalin XL 2022 Update Edition. Und das ist der XXL Bliste, den wir uns ja bereits schon mal in der polnischen Version angeschaut hatten. Jetzt haben wir jede Version aus den Niederlanden und die ist sogar noch ein bisschen besser bestückt. Denn hierin finden wir, wie ihr auf dem gelben Aufkleber schon schön sehen könnt, noch eine XXL Limited Edition Karte mehr als bei der polnischen Version. Und da doppelt ja bekanntlich besser hält, machen wir gleich zwei von diesen Blistern in diesem Video auf. Das für mich nach dieser kleinen Sommerpause auch so ein bisschen als Testballon dient. Denn wie ihr sehen könnt, bin ich wieder auf die dunkle Unterlage zurückgewechselt. Da von einigen von euch das Feedback kam, dass die Karten auf so einem dunklen Hintergrund doch etwas besser wirken als auf dem hellen und da mein Eindruck ein ähnlicher war, versuchen wir es jetzt einfach mal wieder mit der dunklen Unterlage. Und da ist so ein erstes Video mit zwei Blistern ganz gut, um die richtigen Einstellungen für das Licht, die Kamera und so weiter erstmal wieder zu finden. Ja, das also als kleine Einstiegsinformation für euch vorneweg. Und jetzt wollen wir uns die Blister und die Karten anschauen. Blister von der Verpackung praktisch identisch mit dem, den wir uns schon angeschaut haben. Beschriftung, wie ihr sehen könnt, komplett in Englisch. Und der entscheidende Hinweis, wie gesagt, hier vorne auf dem gelben Aufkleber oder hier oben seht ihr es auch. Vier Päckchen, zwei Limited Edition Karts und zwei XXL Limited Editions. Das Ganze zum Preis von 6,95€. Beim Busterpreis von 1€ zahlen wir hier also 2,95€ für die Limited Edition Karts. Und jetzt schauen wir mal, was für schönes aus diesen beiden Blistern ziehen. Dazu müssen wir sie natürlich erstmal aufbekommen. So, das war Nummer 1. Jetzt geht es mit Nummer 2 weiter. Den machen wir auch direkt auf. Dann haben wir das nämlich hinter uns. So, eine Limited Edition Karte haben wir noch vergessen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit den großen XXL Limited Edition Karts. Denn dann haben wir die schon mal abgehandelt. Packen wir uns den Rest mal hier ein bisschen an die Seite. Und dann schauen wir doch mal, wie wir da gezogen haben. Los geht's mit keinem Geringeren als Kylian Mbappé im Trikot von Paris Saint-Germain. Dann haben wir seine Teamkollegin Lionel Messi. Das ist ja mal ein richtig starkes Pack. Phil Foden ist unsere nächste XXL Limited Edition Karte. Und dann haben wir noch mal Kylian Mbappé. Den also einmal doppelt. So, bevor wir uns die kleinen Limited Edition Karts anschauen, gucken wir einfach mal in unsere Päckchen rein. Das ist die Verteilung für alle die, die sie noch nicht gesehen haben. Und wir beginnen mit einer der Special Karten. Eine Impact Signing Karte von Marcel Sabitzer vom FC Bayern München. Unsere zweite Special Karte ist eine Captain's Karte mit Koke von Atletico. Und der Rest sind dann Base Karten mit Edermini Tau, Luis Vazquez, Alex Teyes und Jamal Muziala von den Bayern. So, das ist ein bisschen der Nachteil einer schwarzen Unterlage. Man sieht wirklich jeden Mini Papierschnipsel, der da aus dem Bussen rausfällt. So, und jetzt beginnen wir mal andersrum mit den Base Karts und Shaqiri für Olympique Lyon. Dann haben wir Akim Esirich für Chelsea. Sentrai für Molvidi aus Ungarn. Wobei die, glaube ich, gar nicht mehr Molvidi heißen, aber das hat sich bei mir so eingeprägt. Da wird es im Moment dauern, bis ich mir die neue Bezeichnung drauf geschafft habe. Und dann haben wir noch Nathan Aki von Manchester City. Das sind unsere Base Karts. Und als Special Karten haben wir im Päckchen eine Winter Star Karte mit Romelu Lukaku von Chelsea. Die auch besonders gelungen, diese Winter Star Karten. Wie ich finde, toller optischer Effekt. Und dann haben wir noch eine Fans Favorite Karte mit Cissé von Olympiacos. So, dann gucken wir uns mal unsere erste Limited Edition Card an. Und da haben wir Daniel Kovac von Molvidi als Limited Edition Card. Die Ungarn, ja, bei den Limited Edition Cards sind wir sehr stark vertreten. Und da diese Kollektion hauptsächlich auch in Ungarn verkauft wird, sind die natürlich auch überproportional in den Produkten vertreten. So, wir machen weiter mit Petrinho von Shakhtar, dann Canceloman City, Florenzi für AC Mailand und nochmal AC Mailand mit Olivier Giroud. Und unsere Special Karten sind die Impact Assigning Karte von Anton Griezmann für Atletico. Und die Captains Karte von Marquinhos für Paris Saint-Germain. Nächstes Boosterpäckchen mit Fred von ManCity. Da haben wir der Hut von Dortmund, Le Mar Atletico und Tonali AC Mailand. Und noch eine Base-Karte mit Erik Maxim Schopo-Moting. Bedeutet, wir haben nur eine Special Karte. Und das ist aber kein geringerer als Cristiano Ronaldo als Fans-Favorite für Manchester United. Das sind immer die Päckchen, die man eigentlich nicht treffen möchte mit nur einer Special Karte. Zwei sind da natürlich immer deutlich angenehmer. Schauen wir mal, wie es im nächsten wird. Wir beginnen mit Kondogbia für Atletico. Da haben wir Marcos Antonio von Shakhtar Donetsk. Navi Keita für Liverpool. Meunier für Dortmund. Und diesmal haben wir auch wieder zwei Special Karten. Zum einen die Captains Karte von Harry Maguire für Manchester United. Und zum anderen unsere zweite Winterstar Karte mit Antoine Griezmann von Atletico. So, dann schauen wir uns mal wieder eine unserer Limited Edition Karts an. Und diesmal haben wir einen griechischen Vertreter mit Paok Saloniki und Lukas Taylor aus Brasilien. So, dann geht es weiter mit den normalen Päckchen. Und Luis Vazquez von Boca Juniors. Alex Telles haben wir schon mal gesehen. Opa Meccano von den Bayern. Neymar Matic Man United. Und als Special Karten. Joaquin Piquerez als Impact Assigning von Palmeiras. Und Antonio Rüdiger Fans Favourite von Chelsea. So, dann schauen wir mal, wer unsere nächste Limited Edition Karte ist. Und diesmal haben wir einen französischen Kicker mit Paul Pogba seines Zeichens aktiv für Manchester United. Nächstes Booster Päckchen mit Hakim Ezeich. Da haben wir Zen 3. Eder Militao und Tonali. Und erneut Erik Maxim Schuppo-Muting. Also auch hier wieder nur eine Special Karten Päckchen. Und das ist Nussermas Raui. Hier noch für Ajax aktiv. Jetzt ja beim FC Bayern München gelandet. So, letztes Booster Päckchen. Mit João Cancelo, Florenzi, Shaqiri und Remco Passweir von Ajax. Die Kollektion insgesamt nicht ganz so groß. Da wiederholen sich natürlich auch relativ schnell die Base Karten. Aber zum Glück haben wir noch ein paar andere Special Karten mit der Impact Signing Karte von Jérôme Boateng für Olympique Lyon. Und wir haben nochmal eine Captains Karte zum Abschluss mit Andreas Bouchalakis von Olympiakos Pyrreos. So, bleibt uns noch eine Limited Edition Karte. Und da haben wir Roddy Alba von Barcelona. Das ist also das Ergebnis aus unseren zwei Blister Packs. Können wir auch eigentlich noch ein bisschen mehr ausbreiten. Denn wir haben hier rechts ja durchaus noch den Platz für die restlichen XXL Limited Edition Karts. Die, wie ich finde, von den Spielern her das stärkste in diesen zwei Blister Packs waren. Mit Kian Mbappé, Lionel Messi und Phil Foden haben wir da drei europäische Top-Spieler getroffen. Ja, das sind also die zwei Blister in der holländischen Variante aus der FIFA 365 Adrenalin XL 2022 Update Edition. Eure Meinung zur Kollektion und dem, was wir da gezogen haben. Aber auch gerne alles andere, wie zum Beispiel, was ihr davon haltet, dass es jetzt wieder einen dunklen Hintergrund gibt. Könnt ihr jetzt unten ins Kommentarfeld tickern. Ich freue mich da über euer Feedback. Und dann natürlich auch die kommenden Videos mit allen, die hier schon regelmäßig dabei sind und den Kanal abonniert haben. Wer das noch nicht ist, sollte sich jetzt noch schnell eins der kostenlosen Kanalabos schnappen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Und drückt jetzt zum Abschluss nochmal schnell aufs Däumchen nach oben, falls ihr da bisher noch nicht dran gedacht habt. Tschüss.